Nach 6! So, wir bringen unseren Zutter fest nach quasi. 2.4.2.2.2. Deswegen können wir uns alle anmachen. Handel-Männer, hört es Standort. Okay? Kriege ich mit dem Gesicht zur Kamera? Hat es nicht geschafft. Wir hören uns auch oft nach der Tür, auf der Seite, wir können es ja nicht gut starten. Wir machen zuerst. Erste Minute locker Handel-Männer. Und versucht locker, So kommt gleichmäßig ruhig, 60 Stunden pro Minute, das heißt pro Sekunde einmal. Die zieht euch durch, eine Minute lang. Guckt, dass ihr euch in die Uhr aufstellt und die Dinger dann durchzieht. Immer oben hin und auf die Uhr stellen. Dann macht ihr eine Pause. Ruht euch eine Minute aus und dann steigern wir die Schicht. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr und zwar 75 pro Minute, also ein bisschen schneller. Noch nicht Vollspeed. Das kommt ruhig und schnell hin. Dann kommt ihr so auf 75 pro Minute. Dann müsst ihr die Schwindigkeit halten. Dann macht ihr wieder eine Minute Pause. Admet durch und dann kommt High Level. 90 pro Minute. Jetzt müsst ihr aufs Vollspeed. Versuch aber immer noch Hand in Hand raus zu machen. Oben und unten rühren bei der ganzen Geschichte. 90 pro Minute. Wir müssen noch eine Minute halten. Ihr seht, ihr kriegt uns schon nach 10 Sekunden ein. Boah. Die sehen gerade scheiße, aber dann macht ihr die bitte nicht. Okay? Dann macht ihr wieder eine Pause. Atmet tief durch und dann gehen wir wieder etwas runter mit der Geschwindigkeit und machen 75 pro Minute. Also nicht ganz so schnell, aber immer noch zügig. Genau. Versucht gerade die Älteren ohne den Nacken bisschen locker zu lassen. So. Dann wieder Pause eine Minute. Und dann wird er relativ locker. 1 pro Sekunde. Und Feuerholfen. Das ist zu schnell. 1 pro Sekunde. Das sind natürlich Slowbauschen, dass ihr 60 in der Minute schafft. Okay? So. Und dann holt ihr euch nur eine Minute aus und dann könnt ihr wieder hochfahren. Ja? Und dann guckt ihr mal, wie viele Wellen ihr schafft. Ich sag mal, drei Wellen kriegt ihr bestimmt hin. Also 60, 75, 90. 60, 75, 90. 60, 75, 90. 60, 75, 90. Habt ihr wirklich neue offentliche Sätze und ein offentliches Cardio weg. Wenn ihr könnt, geht raus. Ihr habt sowieso immer die beste Wahl. Ansonsten genießt doch mal das Fest. Genießt den zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ich wünsche euch und euren Lieben alles Gute. Ciao. 5 Uhr frei. Soll ich die Seitensteiße.